Musik Wenn wir da einmal dabei wären, kann man das nicht mehr loslassen. Musik Man muss also wirklich gnadenlos trainieren, wenn man in diesem Sport vorne sein will. Musik Wenn man jetzt un-trainiert ist, kann es schon sein, dass man einen Sehnerriss hat. Dann hat er falsch drei Monate aus in der Arbeit dann. Musik 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 Musik